Hallo! Sie sind heute da, um mal bei mir die Untersuchung zu machen, ob Sie für unsere Medikamentenstudie geeignet sind. Ja? Okay, sehr gut. Dann setzen Sie sich doch bitte erst einmal. Ja, bevor es losgeht, haben Sie noch ein paar Fragen? Okay, ja, das darf ich Ihnen leider nicht beantworten. Tut mir leid. Ja, vielleicht überspringen wir die Fragen einfach. Ach, okay, gut. Ja, ich kann Ihnen leider nicht genau sagen, wozu die Untersuchung dienen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass Sie nicht wehtun und dass Sie keine Angst haben müssen. Ja, klar, können wir uns auch tuzen. Das ist überhaupt kein Thema. Klar, okay. Das Anmeldeformular und Ihre ganzen Daten, die haben Sie schon ausgefüllt und abgegeben, richtig? Äh, du, natürlich. Hast du schon ausgefüllt? Ja. Okay, gut. Dann, ähm, ja. Ich muss nur immer wieder in meine Unterlagen schauen, um zu sehen, welche des als nächstes kommt. Aber jetzt werde ich erst einmal damit anfangen, dich abzurühren. So. Genau, ich werde dein Herz und deine Lunge abhören. Gut. Bitte atme tief ein- und auswendig, dass es Stethoskop berührt. Ja, wir können das auch gern zusammen machen. Genau. Und jetzt atme ein- und halten. Halt, halt. Und aus. Ja. Da passt alles soweit. Ups. Eigentlich darf ich gar nichts dazu sagen. Ähm, ich nehme es zurück. Ähm, ich habe die nötigen Informationen, die ich für meine, äh, Erhebung brauche. Okay. Als erstes fangen wir mit einem Hörtest an. Dazu darfst du dann gleich deine Augen schließen. Und ich werde dir drei unterschiedliche Quetschball-Sounds zeigen. Und du sagst mir dann, es ist der erste, zweite oder dritte Quetschball. Okay. 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 Ich zeige dir nun den ersten Quetschball, aber schließe. schließe, 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 schließe erst einmal deine Augen. Nummer eins. An welchem Ohr hörst du das Geräusch? Rechts. Sehr gut. Nummer zwei. Und das hast du an beiden Ohren gehört. Ja, sehr gut. Nummer drei. Auch an beiden Ohren, okay? Gut, dann geht's jetzt los mit dem Test. Nochmal wirklich die Augen schlüßen. Ja. Ja. Nummer eins. Und drei. Nummer eins und zwei. Okay. Okay. Als nächster Hörtest, werde ich dir Wörter ins Ohr flüstern und du musst sie wiederholen. Okay. Dazu kannst du auch gerne deine Augen schließen, aber es kein Muss. Okay. Kokosnuss. 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 Okay. Glückseligkeit. 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 Okay. Kuss. 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 Okay. Okay, gut. Das war der Hörtest. Als nächstes folgt der Sehtest. Und zwar benutze ich dafür diese Linsen. Du darfst ein Auge abdecken. Und jetzt sag mir bitte, wie viel Fingerzeige ich. Sehr gut. Okay, gut. Ja, das benutzen wir nur hier in diesem Institut. Zur Erhebung bestimmter Daten, die ganz wichtig sind, um zu sehen, ob du geeignet bist. Andere Saug. Okay. Ja, gar nicht so leicht alles, oder? Nein, der Sehtest ist noch nicht vorbei. Jetzt geht's jetzt richtig los. Sag mal Stopp. Kannst du die Zahl schon erkennen? Schau mal ganz genau hin. Kannst du die Zahl erkennen? Kannst du die Zahl erkennen? Okay. Jetzt haben wir hier eine Buchstabe. Kannst du den Buchstaben erkennen? Okay. Wie du findest es gerade entspannen? Du könntest fast einschlafen. Das muss ich mir notieren. Also das ist ja wohl... Pfff. Okay. Kannst du dieses Deal erkennen? Wenn du das mal wieder entspannen? Pfff. Pfff. positively chieke. Pfff. Pfff. Ist gar nicht so leicht, gell? Pfff. 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 Okay. Okay, aber wir sind immer noch nicht ganz fertig. Ich habe nun weitere Karten und du musst nun dem Licht folgen. Folg dem Licht, folge dem Licht, folge dem Licht. Okay, ja die ganzen Tests sind nicht die üblichen Tests. Das muss auch so sein, sonst könnte man sich ja darauf vorbereiten. Das wäre nicht gut. Okay, aber der Sehtest ist abgeschlossen. Der anstrengendste Teil ist geschafft. Nun kommt ein Part, der ja wirklich ganz entspannend sein könnte. Und zwar werde ich mit diesem Pinsel über dein Gesicht fahren und du sagst mir wo. Okay. Okay. Still. Die Nase. Und die Wangen. Okay. Ja, wie gesagt, ich kann dir nichts dazu sagen. Aber ich glaube, man merkt ja auch meistens selber, ob es jetzt einigermaßen passt oder nicht. いや, wie gesagt, wo du jetzt einigermaßen passt oder nicht daran passt. Ganz klar. Keine Sorge. Ich werde dir damit nicht wehtun. Jetzt sag mir, wo ich dich berühre. Nase, Stirn, Wangen, Gehen, andere Wangen, und wieder Gehen. Okay, das war auch schon wieder fast angenehm. Das muss ich jetzt auf jeden Fall mal notieren, also dann. Ja. Ja, die Auswertung erhältst du auch gleich am Schluss. Du weißt gleich, ob du dabei bist oder nicht. Und zwar, was jetzt noch kommt, ist eine Messung des Gesichts und des Kopfes. Ja, du darfst dich ruhig wundern. Das tun sie alle. Okay. Jetzt bitte ganz still halt. Das nennt sich mit der Kuss. Das ist ruhig. Vonami. Der Hals Der Hals Der Hals Und hier Okay Und hier Und nochmal der Mund Okay, die Daten werde ich kurz ins System eingeben Okay Aber dann wird gleich berechnet, ob du geeignet bist oder nicht Es ist noch nicht ganz vorbei Nein Aber das Schlimmste Hast du schon hinter dir Öffne bitte deinen Mund und strecke die Zunge raus Und einmal Augen Augen Okay Super Super, super Super, super Als letzte Untersuchung werde ich noch deine Haut anschauen Okay Dazu werde ich mal ganz, ganz nah mit einer Lupe schauen Und hier so ein bisschen dreckig Ja, Falten Falten sind halt nur die Sichtbar Uiuiui Und was für welche Ui Uiui Und Augenringe Wird auch Oh ja Okay 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 Ja Aber alles im Normalbereich Ich hab dich doch nicht beleidigt Das sind einfach Wacken Altersgemäß Altersgemäß Alles in bester Ordnung Würde ich sagen Ich hab gelogen Eine Untersuchung kommt noch Aber das ist immer meine Unbeliebteste Unbeliebteste Untersuchung Deswegen vergesse ich sie manchmal fast Ja Ich muss nochmal Oder ich muss in deinen Mund schauen Bitte Noch einmal Öffnen Ja Ne Das ist jetzt keine typische Talant Untersuchung Okay Da geht's um was anderes Okay Das ist mal der Unterkiefer Kiefer Okay Da sehe ich eine Brücke Und hier eine Füllung Hier oben Okay Ach Gott Ist aber auch schon etwas her, dass du beim Zahnarzt warst, oder? Zum Glück bist du jetzt hier Ja Ja Ne, ich hab kein Karies gefunden Ja, das darf ich sagen, weil das ist irrelevant Ich werde jetzt kurz alle Daten eingeben Und Dich dann wissen lassen, ob du zugelassen wirst, oder nicht Ja Und was glaubst du? Du wurdest... Da Zugelassen Zugelassen Du bekommst Jetzt diese Pillendose von mir Das sind Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Sieben Pillen Pillen drinnen Dann nimmst du bitte jeden Tag zum Frühstück einer Und dann sehen wir uns in einer Woche wieder Ja Ich kann dir nicht sagen, auf was du achten musst Das wird dann alles in einer Woche untersucht, okay? Ja Nein, du brauchst keine Angst haben Deswegen hab ich doch die ganzen Tests gemacht Schau, die sehen ganz gut aus Glaubst du, die schaffst, die zu schlucken? Glaubst du, die schaffst, die zu schlucken? Glaubst du, die schaffst, die zu schlucken? Ja, gut Dann Bitteschön Und dann sehen wir uns in sieben Tagen wieder, ja? Ja Falls dir irgendwas komisch vorkommt Dann kannst du dich natürlich bei mir melden Okay, nein Bisher hat sich niemand gemeldet Okay, gut Dann wünsche ich dir alles Gute Eine schöne Woche Eine gute Nacht Und bis Nächste Woche Ciao Und bis zum nächsten Mal